Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Leute und Willkommen jetzt zurück auf NoHandGaming zu einem neuen Video mit TZ. Richtig. So, wir machen heute mal wieder ein Video zusammen, so wo ich da bin, dachte ich mir, ja, rasieren wir nochmal richtig Timo und Simon heute weg mit einem weiteren Nerf Gun Bestrafungsbattle. Zeigt nochmal die Maschine rein. Ich scheiß mir heute wieder in die Buchse. Haltet beide die Schnauze jetzt. Wir machen hier ein Pack-Battle, das heißt, jeder öffnet jeweils 5, 15 Carsets. Und der mit dem Schlechtel, der kriegt mal wieder was direkt in die Fresse. Genau, so sieht's aus. Für mehr, richtig, für mehr mit Nerf Guns, smash den Daumen nach oben, die Gamescom kommt. Wir sind zusammen eine Woche in einem Haus mit der Crew. Es gibt Tote und es wird eventuell ein Nerf Guns-Battle geben. Also smash den Daumen, wir haben bei TZ natürlich auch eine Folge aufgenommen. Guckt ihr auf jeden Fall vorbei. Link ist in der Beschreibung. Es gab leidende Menschen und ich würde sagen... Stopp, ich höre fertig. Ganz kurz, darf ich noch kurz angreifen? Nein. Hallo, motherfuckers. 30.000 Likes, Nerf Guns-Battle, James-Crew. Denkt dran, Merchandise, Crew-Merchandise, Mittwoch. 18 Uhr online. Link ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, dann schnitten wir jetzt. Wer anfangen muss. Okay, oder wer es halt auch so machen kann. Wer entscheiden darf, okay. Schnick, schnack, schnuck. Zack, zack. Schnick, schnack, schnuck. Ich will, dass Timo anfängt. Okay, let's go. Let it go. Let it go. Fünf Packs jeder, ne? Ja. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, 81. Let's go, 80 verraten. Noch vier, seit nur fünf Packs. 1, 2, 3, 4. Pack Nummer zwei. 76. 78. Ich hab jetzt mit 80 ganz gut dabei. Du hast noch drei. Ja, wir sind halt gut zu fast. Pala, das Ding. Ja, gönnt. Es wird zu eng. Es wird zu eng. 80. Meister Eder und der Pumuklaster. Es wird zu eng. Pack. Numero tres. Ne, vier schon. Vier. Ja. Das gibt es. Der ist ganz wo die Witter, Junge. Ja, immerhin, 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 immerhin. 18 abkommt jetzt. Letztes Pack für Timo. Please, bro. Please, bro. Please, bro. Bra, bra. Bra. 82. Okay. Ist mein, äh, ich bin jetzt dran. Ja. 5, 15 Karts jetzt. Magic Fingers. Found it. 82 muss ich überbieten, ne? Das ist schon mal eine 83. Wenn er noch, wenn er noch was Höheres zieht. Obwohl, sie wollte ich nicht verloren. Ja, genau. Ganz geil. Nein, wenn du nichts höheres als 82 ziehst, dann nicht. Ja. Du bist aber egal, wie du bist du. Ah ja, stimmt. Okay, nice. Dann bin ich schon mal durch, meine Freunde. Ja, komm. Und dann ist jetzt dein erstes Pack dran. Bitte, zieh eine 83. Bitte, 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 Simon. Zweites Set. Komm mal von Bordgarten. Komm schon, bitte. Hul was Gutes raus, mon amour. 83. Nein. Ja. Hör auf mit der Scheiße. Drei Packs noch, ne? Das ist mein erster Schuss, den ich krieg von euch. 30. Äh, drei Stück. Komm schon. Mann, bitte, bitte. Also mir eigentlich egal, ich bin durch, Freunde. Ich habe juter Laune heute, richtig. Das ist 83. Das ist 83. Ja, ich glaube, das wird ein schnelles Video. Ja, warum? Er hat doch, was hat er, 82. Du bist schon durch. Doch, er hat 82, Danny Alli. König Bianca hat er ja doch. Nein. Nein, das war vorhin im anderen Video. Das war im anderen Video, als er Kono hatte. 100%. 100%. Du hattest, du hattest, äh, du hattest zwei 82er. 82er hatte, ja. Stimmt. Du hattest zwei 82er nur. Ja, Freunde. Rat mal, wer gewonnen hat und wer verloren hat. Pickt euch einfach, ehrlich. Another one. So. Nice. Lasst ein Mitleids-Like für den Boy da. Ich würde sagen, das war ein kurzes, feines Wettel. Auf jeden Fall, ich dachte nicht, dass es so kurz ist. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber. Könnt ihr mir ein Doppel oder nichts anbieten? Was? Double or nothing. Double or nothing. Bedeutet? Was gibt es für Promosets? Gib mir irgendeine Chance. Gib mir was Realistisches. Was gibt es für Promosets? 45k-Set, mindestens 85er. Wenn er über, wenn er 85, wenn er 86 ist. Ne, 85, okay, komm. Wenn er 85 ist, dann savet er sich oder wie. Dann, ich gehe sogar so weit. Zieht er einen 85er, ne, dann darf er uns bestrafen, darf uns. Die hocken uns nebeneinander, kriegen sie in die Fratze. Zieht er, aber keiner kriegt einen Double. Dann dürft ihr mit zwei Nerven in das Gesicht schießen, noch mit der anderen noch. Ja, aber zweimal. Ne, mit der anderen noch, haben wir auch nochmal 18 Schuss. Okay. Dann hat einer die Hellfire und der andere hat die, Oh mein Gott, jetzt wird's spannend. Danke Jungs, erstmal, ich küsse euer Auge. Jacques Couset. Jacques Couset. Hör auf, Siegler. Bitte. Ja! Stopp. Ja, es kann nicht. Ja, ich hab gedacht, ich darf die jetzt runterziehen. Nein, ein Pack. Wir haben gesagt, ein Pack. Stopp, stopp, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Das wusste ich jetzt wirklich nicht. Ey, ich will nicht mehr drücken. Ich hätte gedacht, ich darf das leerziehen, in einem Set ein 85er über drei. Ja, das sind 45 K-Sets. Geh. Gib mir die vier Sets, wenn ihr Männer seid. Aber dann ist 85 schon ganz schön bitter, dass du uns beide dann abschätzen darfst. Du hast noch eins, okay? Eins, komm. Ah, für eins nehme ich so gerne. Okay, zwei hast du noch. Ja, Digga. Was ist denn das jetzt in der Auge? Wir haben ein Pack gesagt. Ne, habt ihr nicht? Spur zurückgefallen, einmal. Nein, die Spur ist in der Auge. 100% haben wir das gesagt. Drei Sets, Double or Nothing. Drei Sets. Mann oder Maus? Mann oder Maus? Wo ist die Hand? Mann oder Maus? Komm. Mann, Mann. Drei Sets, komm schon. Ja, du hast noch zwei dann jetzt. Nein, drei Sets haben wir eben gesagt. Chill. Ja, mach. Drei Sets. Lass mein Gut. Das ist eine Frechheit. Da kann ein guter Walkout oder sowas drin sein. Wir werden 100% etwas abkriegen. Lass deinen Fruchtball, was soll denn an mir aus? Der Junge schummelt gerne. Das ist wirklich. Bitte lieber Gott. Ja, komm schon. Da sind so viele Spieler drin. Du wirst 100% 85er ziehen. Ich hab nur noch zwei Sets. Ja, und? Bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Ja! Komm schon. Jetzt noch einer. Jetzt noch ein Pack. Bitte. Nein, nein, nein. Geht nicht, geht nicht. Wir gehen rüber zur Bestrafung. Ich mach ein neues Angebot. So. Hände auf dem Rücken. Hände auf dem Rücken. Ey, aber nicht weg gucken. Dürfen wir. Aber die hängen. Stopp, stopp. Abruf. Hast du mal noch Ansage? Willst du noch ein letztes Wort sagen, bevor es losgeht? Eure Ellen sind Hunde. Okay, schon los. Oh, stopp. Von wegen. Sack, noch mal einer. Die hat einen Gegrat. Die haben jetzt Glas rausgeschossen. Alter. Komm, Bra. Steck dein Gesicht vor. Ey. Ja, nein. Die hast du noch gar nicht durchgedrückt, oder? Ich hab dich geschossen. Ja. Alter, hör auf in der Scheiße. Komm, man. Frust. Da hockt er denn in dem ganzen Herde voll Beile. Oh, guck mal. Alter. Desto sind alles Gesichtstreffer, die hier liegen. Ja. Das war richtig schwer auf deinen Lippen, ne? Wir mussten ein komplettes Stückchen nach unten gehen, ne? Na ja, aber es gibt halt noch einen Stream. Ja, ich mach gern mit euch, wirklich. Ich hab dann einmal ein großes Ding ins Gesicht gekriegt. So geil. Das ist echt so lächerlich. Das ist die Frisur, Glücksfrisur. Vielleicht soll ich die öfters tragen. So, Freunde, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Daumen zu smashen. Es macht mega viel Spaß es aufzudämen, wenn man persönlich nicht verliert. Schaut bei den Jungs von TZ vorbei. Wir haben dann auch eine Folge aufgenommen. Und ich würde sagen, dann checken sie einfach aus, Freunde. Ganz kurze Frage. Tim, warum ist dein Gesicht so rot? Haut rein. Skrr. Skrr. Ist das so Hunde, alle?